Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da mit dem Bauer Hause? Morgen Rundgang auf meinem Blumenfeld, unserem Blumenfeld, muss ich sagen. Da ist die Anne, der Chef. Hier am Blühen sind Lilien. Getreide habe ich auch. Hafer. Und aktuell sind jetzt auch Sonnenblumen am Blühen. Ja, wenn du in der Nähe wohnst, schau doch mal vorbei auf dem Blumenfeld an der Landstrasse zwischen Kirchberg und Koppigen, Blumenfeld von Anne und Hause.